Spiele am Dormauer Hier direkt vor uns Open Tür ist offen Er ist nach da hinten gegangen Wo er uns rankieren kann Da hat einer Schaden bekommen Der ist in den Bäumen Ich glaube er ist down Oder er ist down oder? Ja Drinnen ist aber noch einer Der hat einer Schaden bekommen Der hat einer Schaden Die Tür ist zu Bist du drin? Ja Mach nochmal deine Spruchdinger da Ich mach die Tür hinter uns zu Schuss auf mich Ich kann nichts machen Oh mein Gott Das war ein Bot Jaja ich denk auch Holy shit hat der Rangion Alles was du tust renn nicht nach rechts ohne mir bescheid zu sagen Der wird auf dem Hausflur sein Ich bitte Ja 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 Musik 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 Was war das? Was zum Fick war das denn? Ich hatte ein komplettes Magazin kassiert. Sogar im Kopf? Ich höre nicht um. Am Anfang auch schon nicht. Was? Oh, ey. Er musste sich sogar erst noch umdrehen und schießt und trifft, ist dann erster. Der muss doch definitiv tot sein. Das ist doch bestimmt wieder ein Desink-Problem. Dass die Hits bei ihm nicht rechtzeitig gezählt haben. Oh Gott. Ich liebe Alphas. Ich liebe Alphas. Sogar im Kopf. Äh... Garagen. Z? Ich renne zu dir. Bleib im Z. Wieso ist eigentlich die Maus-Sensi auf Factory langsamer als in fucking... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich komm zum Z. Hab einen Spieler gerettet. Guck mal, ob er was gehabt hat. Über mir steppt. Ich komm zum Z. Ich bin gleich am Z. Zwei Leute steppen. Ich bin am Z. Alter. Das bin ich, du. Aui. Ich sage, ich komme zum Z. Boah. Hab ihn. Auch tot? Nein, ich bin nicht tot. Ich hab ihn. Ja, ich hab die 86er Marker auf. Oder 84er. Und Yusek, Spieler. So. Oh, shit. Snowwalker, neun, schon der Starbistang für deinen Follower. NEIN! Oh, er hat daneben geschossen. Oh, ich hab alter Leber weggeschmissen. Oh! Oh!